Was erwartet dich in diesem Video? Dazu musst du mir gedanklich jetzt mal ein bisschen folgen und stellst dir einen Hund vor, einen jungen Hund, der an der Leine völlig ausflippt. Also der springt, keine Ahnung, der in die Leine reinbeißt, der den Besitzer anspringt, der sogar, jetzt geht es in die Erinnerung, das ist noch so frisch, das kam nämlich gestern, das ist immer ein junger Boxer, der dir vor lauter, lass mich auch mit, also irgendwie so gefühlt hier so am Ohr vorbeifliegt, weil er merkt, er kommt nicht nach da. Und das gleiche dann nach hinten macht, also hier, da, dorthin, alles auf einmal. Er scheint sehr fröhlich aufgeregt zu sein, ja, wie es dem Hund wirklich geht, in diesem Video. Geht gleich los. Ja, hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, dieses Video ist grundsätzlich ein Leinenführigkeitsvideo, wenn man so möchte, vom Thema her. Allerdings wollte ich da tatsächlich so ein klein wenig in diese Gedankenwelt eines Hundes einsteigen und somit auch eigentlich gleich so ein paar Missverständnisse aufklären, die mit Sicherheit zwischen dem Hund und dem Besitzer bestehen. Mein aktuelles Beispiel fliegt mir gerade gedanklich immer noch so irgendwie um die Ohren, keine Ahnung. Ein junger Boxer, ein entzückender junger Hund, also sieben Monate alt und sein Name ist Guinness. Ich erwähne ihn einfach, weil das war so schön. Eigentlich lehrreich. Irgendwie schön auch, wenn Besitzerin saß, aus verständlichen Gründen ein bisschen anders war. Dieser Hund hat tatsächlich wirklich ein Temperament für zehn, aber er war für mich einer, der also wirklich so viel mir wieder gezeigt hat, dass es nämlich eben nicht so ist, dass ein Hund irgendwie nur, also wirklich überdreht sein kann und deswegen an der Leine so rumspringt. Weil bei dem Hund war noch was Besonderes. Wenn der hinter mir war und ich mich nur umgedreht habe, hat er sich sofort ins Platz geschmissen. Und ich schwöre, ich habe dem sowieso nichts getan und seine Besitzerin mit Sicherheit auch nicht, aber die war noch nie vor ihm an der Leine. Der selbe Hund hat nämlich solche Geschichten auch, weil er nichts kennengelernt hat, da wo er groß geworden ist, also wo seine Mutter auch gelebt hat, nicht bei der Besitzerin jetzt, die gibt sich alle Mühe. Wenn die zusammen im Wald gehen und ein Specht macht halt das Geräusch, was wir alle kennen, dann hat er fürchterliche Angst und ist ein Häuflein Elend. Derselbe Hund, der, wenn er irgendwas sieht, womit er dann eben auch was anfangen kann, völlig ausrastet. Also extremes Ausrasten ist meistens nichts, was ein sehr selbstbewusster Hund tut. Das sieht dann immer ein bisschen anders aus. Also komplett übertreiben ist oft auch ein Hinweis darauf, dass der Hund, sagen wir mal so, von seinem Wesen her nicht der stabilste ist. Ansonsten würde das selbst ein junger Hund nicht so in der Form tun. Also man hat immer sogar einen Rückschluss darauf, was der Hund so für einen Charakter hat. Und das allein schon war hochinteressant. Wenn du noch Probleme hast mit deinem Hund an der Leine, dass er dich halt, wo er hin möchte, auch hinterher schleift, dass er halt die Leine eigentlich ständig auf Zug hat und du da wirklich noch Bedarf hast, ich habe da was für dich vorbereitet, findest du unten in der Videobeschreibung. Da ist ein Link. Da klickst du einfach drauf und dann wird dir geholfen. Versprochen. So, jetzt auch wieder ein Beispiel dafür, dass es ja zwar etliche, ja sagen wir mal, Herangehensweisen gibt, wie ein Hund jetzt verstehen lernen kann, dass er sich an der Leine halt doch mal so aufführt, dass wir alle da unbeschadet den Spaziergang überleben. Aber da waren so viele klassische Sachen bei, dass dieser Hund zum Beispiel ja letztendlich jetzt einfach mal das Zuhause so hat, dass sobald er die Haustür ja eigentlich durchschreitet und in die reale Welt reinkommt, dass da sofort 20 Millionen Ablenkungen auf diesen jungen Hund warten. Das weiß der natürlich auch. So, wie soll der dort jetzt dann irgendwie was von wegen Leinenführigkeit verbessern können? Geht nicht. Ist ausgeschlossen. Kann ich gleich so sagen. Ist nicht möglich, weil der ja ständig in so einer starken Ablenkungssituation ist, dass er gar nicht zuhören kann. Auch wieder ganz wichtig zu verstehen, die Hunde, die sich so aufführen, also die wirklich, das, was viele der Zuschauer dann auch schon mal dann äußern als Kommentar, ja, du musst mal eine richtige Granate zeigen, deine Hunde sind ja langweilig. So ungefähr, ja, irgendwie stimmt das auch, aber das habe ich auch schon zu oft ausprobiert. Ich habe gedacht, ich hätte wirklich, also richtig so einen Vogel da an der Leine und hier, ja, passiert halt gar nichts. Das ist oft so gewesen. Egal, jedenfalls, es geht dann ja darum, wie kann ich das überhaupt möglich machen, dass der Hund mir zuhören kann. Weil im blödesten Fall wird dann von einem Besitzer behauptet, der Hund will nicht zuhören. Aber ich bin tausendprozentig davon überzeugt, dass solche Hunde in solchen, für sie so aufregenden Situationen gar nicht zuhören können. Weil, wenn man das dann mal einfach mal laufen lässt, weil der erste Besuch bei mir dann ist schon auch natürlich nicht von Anfang an so, ich lege dir die Hand auf und du wirst nie wieder ziehen, sondern das muss man sich natürlich erarbeiten. Aber was dann immer passiert ist, dass auch der, sagen wir mal, der wirklich der krasseste Hund, das nicht länger als zehn Minuten am Stück wirklich aushält, da die ganze Zeit einzuspringen und keine Ahnung. So, und dann auf einmal probiert man ein paar Sachen aus und man sagt ihm, was er denn tun soll. Beziehungsweise am Anfang ist es natürlich noch kein Befehl in dem Sinne, sondern eigentlich ein, man könnte auch was anderes tun so ungefähr, ich habe Futter dabei, dann probiere ich schon mal aus, dass ich ihm untersage, dass er gleich hinterher springt und all so eine Geschichten. Und am Ende von einer Stunde von 60 Minuten mit viel Reden dabei, uns erklären und natürlich auch vormachen, zeigt der Hund schon ein komplett anderes Bild. Das zum Thema, das muss sich entwickeln. Ich weiß nicht, ob jemand von euch auch diese wunderbare Frau kannte oder jetzt ihre Videos auch noch genießen kann, Vera Birkenbiel, also kein Geheimtipp, die Frau ist einfach genial gewesen, leider viel zu früh gestorben. Die hat, also die sagt lauter tolle Sachen, aber die hat eins, was man auch eben im Bereich der Hundeerziehung gebrauchen kann, die sagt, entwickeln und entfalten solltest du wörtlich nehmen. Entwickeln und entfalten bedeutet, es ist alles schon drin. Du musst es nur rauskriegen, rausholen, entfalten, das Papier glattziehen und gucken, was da drin ist so ungefähr. Ein unfassbar simpler Gedanke, es doch wirklich einfach nur mal wörtlich zu nehmen. So, damit der Hund das überhaupt schaffen kann, müssen die Umstände auch so ein bisschen passen, ansonsten geht es nicht. Aber es ist immer wieder für mich auch erstaunlich, was man eigentlich alles innerhalb von so kurzer Zeit den Besitzern schon gleich zeigen kann, was in dem Hund eigentlich alles drin steckt. Und es selber aus der Verpackung rauszupopeln, ist eigentlich für mich immer noch das Schönste, was man zusammen erleben kann. Weil man wächst auch an dem, was man zusammen ausprobiert. Dann ist das Nächste noch ganz, ganz wichtig. Diese letztendlich sogar durch unsere Erziehung schon fast schon eingebläute Auffassung, dass Fehler schlecht sind. Also, dass man möglichst keine Fehler machen darf, weil Fehler sind schlecht. Nein, Fehler sind gut. Als wir noch Kinder waren, war es uns egal, ob du das Türmchen aufgebaut hast. Du hattest genauso viel Spaß daran, den Turm so batsch wieder auseinanderfliegen zu lassen. Ab einem gewissen Alter war es immer das Wichtigste, dass das Scheißding endlich mal so stehen bleibt. Und es durfte unter keinen Umständen einfallen, weil man hätte ja dann versagt, so ungefähr. Bei Hunden ist das ganz, ganz wichtig, wenn man denen was, überhaupt Tiere, aber bei Hunden ist es immer mein Gebiet, ist es ganz, ganz wichtig, dass Fehler dazu da sind, daraus zu lernen. Und grundsätzlich eine Definitionssache, was man jetzt als Fehler bezeichnet. Da wird es jetzt dann wahrscheinlich zu philosophisch. Aber solche Sachen sind ganz wichtig zu begreifen, weil dann sieht man das mit dem Hund auch ganz anders. Auch Beispiele, wo dann immer eigentlich die gleichen Sprüche kommen, so von wegen, das kann er nicht. Ich immer sofort nachhake, das kann er noch nicht. Das ist ein Unterschied. Und die Vorgehensweisen, wie man diesen Hunden das dann beibringt, sind so mannigfaltig, dass man wirklich ausprobieren muss. Letztendlich auch mal sagen muss, es passieren auch mal Fehler, beziehungsweise das klappt so bei dem nicht. Beim Guinness war es zum Beispiel, da würde ich wahrscheinlich jetzt noch hier irgendwo rennen, wenn man das mit dem so probiert hätte, ich lasse dich vorlaufen und dann drehe ich flott um und dann findet der Hund das doof und dann guckt er zu mir und so weiter. Das hat bei dem überhaupt nicht geklappt, weil der hat ständig irgendwas gesehen und der hat sich da überhaupt nicht drauf eingelassen. Aber was der überhaupt noch nicht kannte, das war, dass ich, wenn er mich anguckt, einen Schritt auf ihn zumachte. Das kannte er von seiner Besitzerin nicht, wie gesagt, sie kam nicht dazu. Und ich habe einfach mal so eine Situation abgewartet, dass der überhaupt erst mal begreift, ey, da ist ja noch jemand. Das ist so ganz wichtig, so simpel. Da würdest du doch normalerweise nie drauf kommen, so von wegen so, hey, natürlich weißt du, dass ich da bin, ich bin ja die, die ihn bremst, so ungefähr. Nee, Quatsch, der sieht dich nicht. Der ist so eingenommen von allen anderen Sachen, dass du für ihn gar nicht existent bist. Und im blödesten Fall bist du einfach für den Hund bloß lästig, weil du den nur von allen anderen Sachen abhältst. Also die Sache mal komplett zu drehen, den Hund mal so versuchen, mal so huch, dass er mal guckt, hat bei dem zum Beispiel alles geändert. Bei dem anderen Hund klappt es auf die andere Art und Weise. Aber auf jeden Fall, wenn der Hund so irre ist, dann nicht davon täuschen lassen, dieser Hund ist nicht komplett irre, sondern der kann mit den ganzen Reizen, die er da jetzt sieht, und für einen Hund kann auch meinetwegen, da kann alles ein Reiz sein, alles etwas auslösen, was du jetzt eigentlich dann als schlechte Leinenführigkeit sehen würdest. Das muss man tatsächlich wirklich alles erstmal rausfinden. Dauert nicht lange. Im besten Fall wäre es natürlich so, dass man jemanden an der Seite hat, der da mit drauf guckt, also der einfach was von weiß. Das wäre das Beste. Aber das kann jeder für seinen Hund selber rausfinden. Dazu braucht es nur eins, nämlich mal ausprobieren. Immer, wenn man meinetwegen irgendeine Sache mal ausprobiert und man merkt, das klappt nicht, dann sollte man das anders machen, weil offensichtlich klappt es ja nicht. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn du das Auto in die Werkstatt bringst und das klappert nach dem dritten Besuch immer noch, dann war das wahrscheinlich keine gute Werkstatt. Sonst kann es ja auch nicht sein. So, beim Hund ist es eigentlich die gleiche Art und Weise. Ich möchte etwas erreichen. Auf die Art und Weise erreiche ich es nicht, also muss ich es anders ausprobieren. Und ausprobieren ist das Salz in der Suppe. Das bringt Spaß. Das macht jeder, wenn es bei ihm um ein Thema geht, was ihn interessiert. Dann probiert man so lange aus, bis man es irgendwie hinkriegt. Und beim Hund darf man das auch so machen. Aufgeben ist keine Option. Auch meine Hauptleitsprüche, muss ich wirklich ehrlich sagen. Und das zusammen zu entwickeln, ist das Allerbeste. Genau, jetzt habe ich wieder ein klein wenig in Rage geredet. Aber weil ich doch weiß, dass die heutigen Hunde wirklich anders ticken, als die, die es vor 30, 40 Jahren hier auf dem Planeten in Deutschland gab, weil die Reize einfach zugenommen haben ohne Ende. Es gibt fast überhaupt gar keinen normalen Spaziergang, also wo man irgendwie erst mal gar keinen trifft oder wenn, dann andere aufgeräumte Hunde, sondern ganz viele Hunde sind heutzutage immer so kurz vorm Durchknallen. Das hat ja einen Grund. Das hat ja, na, nicht nur einen. Die können sich nicht entspannen, weil sie die ganze Zeit eben wirklich da nur happy happy oder unsicher sind. Das ist das Blöde. So, deswegen, du brauchst, um Sachen zu ändern, tatsächlich erstmal eine ruhige Ecke. So ist das immer. Ansonsten kriegst du da keinen Fuß in die Tür. Und schön füttern kannst du auch nicht alles, sondern es muss, wenn du siehst, der Hund schaut jetzt dann mal auf dich. Also das war beim Guinness so, dann musst du anfangen, weil sobald er anfängt zu gucken auf dich, musst du anfangen, ihm Grenzen zu setzen. Bleib da, geh mir nicht hinterher, solche Sachen. Futter schmeißen, nee, da gehst du nicht hin, solche Sachen. Weil nur über solche Regeln, dass er wirklich weiß, dass er es richtig sieht, was er nicht darf, worauf er nicht reagieren soll, nur dann kann sich der Hund verändern. Ansonsten ist das tatsächlich wirklich nicht machbar, beziehungsweise dann ändert sich der Hund erst, wenn ihm das Ziehen wehtut. Wegen Arthrose, meine ich. Also weil, dass hier keiner seinen Hund da irgendwie straft oder sowas, davon gehe ich einfach mal aus. Deswegen, guck genau, was du da an der Leine hast. Und wenn du siehst, der reagiert auf alles, dann kannst du mal ganz, ganz stark davon ausgehen, dass dieser kleine Hund wirklich Hilfe braucht. Und dass dann dieses Leinführigkeitstraining, beziehungsweise eigentlich dieses eher reagier nicht auf alles, was du siehst, nicht dazu da ist, deine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, sondern du darfst gerne so denken, dieser Hund leidet, auch wenn er sehr, sehr glücklich zu sein scheint. Nein, der ist voller Stress. Es ist vielleicht kein negativer Stress, aber Stress ist und bleibt Stress. Und hilf ihm dabei, das überwinden zu können. Das ist, ja, das wünsche ich mir für ein paar mehr Hunde, weil es gibt so viele von diesen gestressten Hunden, völlig überdrehten Hunden. Und da gilt nur einfach, du musst den Fuß in die Tür kriegen, dass er auf irgendwas auf dich reagiert. Und am besten Fall nicht Futter, sondern du selber als Person. Und dann kannst du Sachen entwickeln. Genau, wieder, probier das aus, mach dir deine Gedanken, ist dein Hund wirklich so glücklich und freut sich so sehr über alles oder ist er nicht eigentlich gerade komplett irre, so ein bisschen so wie früher, dass die Mädels da wegen den Beatles da in Ohnmacht gefallen sind. Ist auch nicht gesund, auf alle Fälle. Außerdem sahen die auch gar nicht so gut aus, fand ich. Alles klar, gut, probier es aus, falls du so ein Hippel-Hippel-Zippel da an der Leine hast, wie du es schaffst, dass der auf dich reagiert. Probier es aus, lass dir nicht reinreden, sondern höchstens von mir. Lass dir nicht reinreden, sondern probier es selber aus. Wann schaut er auf mich? Gut, also viel Spaß dabei und feier deine eigenen Erfolge. Mach das selber, entwickle deinen Hund. Alles Gute, meine Steffi. Ja, solltest du einen Hund haben, der das mit dem Abwarten und überhaupt da mal ruhig bleiben und so noch nicht so ganz für sich entdeckt hat und wünsch dir eigentlich Hilfe dabei, dass der Hund dann eben auch mal so ein klein wenig besser handelbar ist, damit es eigentlich ruhiger und entspannter für alle Beteiligten abläuft. Dann hätte ich da was für dich. Du brauchst eigentlich nur auf den Link in oder unter dem Video drücken und dann kommst du zu einem Video, wo ich Näheres erläutere und ich bin mir sicher, dass dir das dann auch hilft bei deiner Problematik. Probier es aus.